Was gibt es Neues aus der Welt der Robotik bei Schmalz? Die elektrische Cobot Pump Mini ECB-PM. Der kompakteste Vakuumerzeuger für kleine Roboter und Cobots auf dem Markt. Universell einsetzbar für Anwendungen wie Pick and Place, Montage oder auch Qualitätsprüfung. Was zeichnet dieses Produkt aus? Schauen wir uns das mal kurz genauer an. Das Produkt ist extrem klein und kompakt. Es ist leicht, es ist unglaublich intuitiv zu bedienen. Die ECB-PM funktioniert rein elektrisch. Wir benötigen also keine Druckluft, keine Schläuche am Roboter entlang und sind somit auch sehr mobil, zum Beispiel zum Einsatz auf AGVs. Das Produkt ist im Betrieb extrem leise und das Ganze wird abgerundet durch ein sehr intuitives Bedienkonzept mit diesen kapazitiven Tasten zur Einstellung und dem visuellen Feedback über das LED-Band. Dazu wird das Ganze durch ein Plug-and-Work-Montage- und Inbetriebnahmekonzept abgerundet. Schmalz bietet somit den idealen Vakuumerzeuger für kleine Roboter und Cobots. Von mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.schmalz.com